David Alaba von Rekordmeister Bayern München ist zum zweiten Mal in Folge zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 20-Jährige setzte sich bei der Wahl durch die Trainer der österreichischen Bundesliga, klar vor dem Schalker Christian Fuchs, durch. Ausschlaggebend für die Wahl waren unter anderem die starken Leistungen im Champions League Halbfinale gegen Real Madrid. Zudem würdigten die Trainer, wie sich Alaba nach einem Mittelfußbruch im Juli nach dreimonatiger Verletzungspause zurückgekämpft hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017